Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit zehn Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht deine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang. Zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder oder vielleicht ja auch zum ersten Mal dabei bist. Heute geht es um die Verbindung zu dir selbst. Und zwar möchte ich gerne meine eigene Geschichte mit dir teilen, wie ich in die Verbindung zu mir selbst gekommen bin. Denn vor zehn Jahren war ich völlig disconnected von mir selber. Ich erzähle dir, warum das so ist und wie ich das verändert habe und was du daraus für dich und die Verbindung zu dir selbst mitnehmen kannst. Und warum diese Verbindung so entscheidend dafür ist, wenn du ein Leben führen möchtest, was wirklich dir selbst entspricht, wo du authentisch sein kannst, wo du dich frei fühlst. Und wie ich dich auch dabei unterstützen kann, wenn du magst, zurück in diese Verbindung zu dir selbst zu kommen. Bevor wir damit starten, gibt es wie immer hier im Neuanfang-Podcast zuerst die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für die Arbeitsrealität oder meinen Alltag, den ich mir kreiert habe und der seinen Ursprung in dem hat, was ich dir heute in der Podcast-Episode erzähle. Und ja, diese Woche haben sich die ersten Menschen für den Reconnect-to-yourself-Online-Kurs angemeldet. Zu dem werde ich dir ganz am Ende der Episode auch noch was erzählen. Und ich hatte eine unfassbar transformierende Coaching-Session mit einer Kundin gestern, die mir heute eine E-Mail geschickt hat, wo ich Tränen in den Augen hatte, weil sich ein so, so altes Thema für sie gelöst hat. Und ich kriege jetzt schon wieder Tränen in die Augen, wenn ich dran denke. Und aber auch die Kreativität, die ich gerade in meinen neuen Angebote reinstecke und die Zeit, die ich damit verbringen kann, hier den Podcast aufzunehmen und an meiner Webseite zu basteln, was mir total Spaß macht. Ja, diese Vielfalt und die Freiheit, die, ja, da bin ich unglaublich dankbar für, dass ich mir das kreiert habe. Und es ist bei weitem nicht alles rosig. Das ist, äh, ist es in der Selbstständigkeit, glaube ich, selten. Frag irgendwen, der selbstständig ist. Und trotzdem bin ich so unglaublich dankbar eben für diese Freiheit. Und ich weiß, dass diese Freiheit den Anfang genommen hat in der Zeit, von der ich dir heute erzählen möchte. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich damals die Verbindung zu mir selbst wiedergefunden habe und auf Basis dieser Verbindung mutige Entscheidungen getroffen habe. Und vielleicht hast du die letzte Podcast-Episode Leben mit Authentizität gehört, in der es ja unter anderem um die fünf Schritte in ein authentisches Leben ging. Und ich möchte gerne in dieser Episode und in weiterem diese fünf Schritte anhand meines eigenen Weges sozusagen mit dir, ja, nachvollziehen. Ja, sie nochmal gehen und dich mit in meine Geschichte zurücknehmen, um dir zu zeigen, wie diese fünf Schritte für mich ausgesehen haben, um dir ein Gefühl dafür zu geben, was hinter diesen Schritten stecken kann und wie lebensverändert jeder einzelne dieser Schritte ist. Und heute geht es um den ersten von den fünf Schritten. Ich sage dir nochmal kurz die fünf Schritte, damit du die auf dem Schirm hast, auch vielleicht, falls du die Episode nicht gehört hast. Du kannst das natürlich auch gerne jederzeit noch nachholen. Das ist die Nummer 269. Aber diese fünf Schritte sind der erste Reconnect to Yourself, wo es eben um die Verbindung zu dir selbst geht. Darüber sprechen wir heute. Der zweite ist Unmask Yourself, wo es darum geht, hinter deine Masken zu schauen und dir die Rollen, die du in deinem Leben inne hast, genauer anzuschauen und zu hinterfragen. Der dritte ist See Yourself, wo es darum geht, dich selbst besser kennen zu lernen und dich wirklich zu sehen, so wie du in deinem Herzen, in deinem tiefen inneren Kern bist und was du an Qualitäten, Stärken und so weiter mitbringst. Der vierte Schritt ist Express Yourself, wo es dann darum geht, das, was du in dir entdeckt hast, auch authentisch auszudrücken und für die Dinge, die du dir wünschst, loszugehen. Und der fünfte Schritt ist Free Yourself. Da geht es dann darum, auch in deinen Beziehungen ganz du selbst sein zu können, weil das ist manchmal noch eine extra Herausforderung. Und meine Intention mit meiner Arbeit als Coach und Teacher für Authentizität ist es eben, dich auf allen diesen Schritten zu begleiten mit verschiedenen Angeboten. Und einige dazu gibt es eben jetzt schon, andere kommen noch, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Episode aufnehme. Und ich habe eben auch in der Entwicklung dieser fünf Schritte festgestellt, weil die eben, wie gesagt, aus meiner Erfahrung entstanden sind, aus meiner persönlichen und professionellen Erfahrung, dass wir diese Schritte zwar einmal initial durchlaufen, wo wir quasi so eine Initiationsreise durch diese fünf Schritte machen. Und das kann zu den verschiedensten Zeitpunkten im Leben sein. Für manche ist es die Midlife-Crisis, für andere passiert es vielleicht viel, viel früher. Wieder für andere ist es irgendein aufrüttelndes Erlebnis in ihrem Leben, was sie dazu bringt, diese fünf Schritte zu durchlaufen. Aber sehr, sehr viele Menschen kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich eben fragen, wer bin eigentlich ich? Und das ist der Punkt, wo man anfängt, diese fünf Schritte zu gehen. Und das kann man natürlich wunderbar alleine machen. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Das wirst du in dieser und in den anderen Episoden zu diesem fünf Schritten hören und erkennen, dass ich da ganz lange einfach meinen eigenen Weg vorwärts gestolpert bin und jetzt natürlich rückblickend erkennen kann, dass es diese fünf Schritte waren. Während ich unterwegs war, war mir das nicht klar. Aber was mir eben in der Rekapitulation der Zeit, die, und das sind bei mir zehn Jahre jetzt, auf die ich da zurückblicke, was mir dort aufgefallen ist, dass man eben nach dieser Initiationsreise durch die fünf Schritte, diese fünf Schritte oder den Großteil davon immer und immer wieder durchläuft. Jedes Mal, wenn es darum geht, eben noch ein bisschen mehr du selbst zu sein, wenn es darum geht, noch ein bisschen authentischer zu sein, wenn es um vielleicht einen anderen Lebensbereich geht, wo du noch nicht so sehr du selbst sein kannst. Oder wenn du einfach neue Dinge erlebst oder erkennst, auch dann geht es wieder darum, ja sozusagen eine Schicht, die sich um dein wahres Selbst und dein authentisches Selbst drum gelegt hat, wieder abzuschälen. Und dafür in diesem Abschälprozess, in diesem Prozess, wo es immer tiefer zu deinem Kern geht, durchlaufen wir immer wieder diese fünf Schritte. Und das merke ich tatsächlich heute noch. Ich habe gerade diese Woche auf Instagram ein Beispiel geteilt, wo ich gesagt habe, okay, guck mal hier, so und so sah das aus oder sieht es aus und da will ich wieder diese Schritte durchlaufen. Und in der heutigen Episode und auch in den anderen dieser Serie möchte ich dich eben auf meine Initiationsreise mitnehmen, also zu den Zeiten, wo ich diese Schritte das erste Mal durchlaufen habe. Und wenn du gerne für dich rausfinden möchtest, wo du da stehst auf dieser Reise, ganz egal, ob du das allererste Mal durch diese Schritte gehst oder in einer der weiteren Iterationen bist, die wir alle mit diesen fünf Schritten machen, wenn wir auf dem Weg zu uns selbst sind, dann lade ich dich herzlich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Ich habe nämlich ein Quiz entwickelt, wo du mit ein paar Fragen in wenigen Minuten herausfinden kannst, was denn dein nächster Schritt ins authentische Leben sein kann. Du findest das unter sarah-heinen.de slash quiz. Ich werde es dir auch am Ende nochmal sagen und ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ja, und damit beginnen wir eine kleine Zeitreise und zwar in das Jahr 2012, also zehn Jahre zurück. Ich hatte damals seit einigen Jahren eine Führungsposition in der Online-Agentur, in der ich damals schon sehr viele Jahre gearbeitet hatte, wo ich als Praktikantin angefangen hatte und relativ schnell die Karriereleiter hochgeklettert bin und ich habe diese Woche auf Instagram noch ein Foto geteilt. Ich werde das mal speichern und sie in den Shownotes verlinken, was zeigt, wie sehr ich zu diesem Zeitpunkt disconnected von mir selber war, also wie wenig ich mit mir verbunden war. Und ich sehe auf diesem Foto so leer aus. Meine Augen sind tot und die Mundwinkel hängen runter und es ist einfach ein sehr, sehr trauriges Bild von einer Weihnachtsfeier. Und ich weiß, dass ich ein paar Jahre später dieses Foto angeguckt habe und wirklich erschrocken bin. Und diese Disconnection, also die fehlende Verbindung zu mir selber, die war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt in Anführungsstrichen nötig, um diesen Job noch vor mir selbst verteidigen zu können. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt immer und überall und ständig über den Job ausgekotzt, sowohl inhaltlich als auch, was die Umstände anging und meinen Zustand darin. Und trotzdem habe ich immer wieder vermeintliche Gründe dafür gefunden, warum ich diesen Job nicht kündigen kann. Die größte Angst war, glaube ich, dass ich keine Alternative wusste und nicht das Vertrauen in mich und ins Leben hatte, einfach zu springen. Ich dachte, das habe ich, glaube ich, auch mehrere Male gedanklich durchspielt. Ja, wenn ich jetzt hier kündige und dann in eine andere Agentur gehe, dann habe ich das gleiche in grün. Andere Agenturen gehen auch nicht besser mit ihren Mitarbeitern um und haben bessere Strukturen. Ich möchte jetzt nicht alle Agenturen über einen Kamm scheren, aber so zeigte es mir die Erfahrung mit KollegInnen aus anderen Agenturen. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich direkt da bleiben, weil da weiß ich wenigstens, dass ich ein nettes Kollegium habe. Und ja, so ging das einige Zeit. Die gesundheitlichen Probleme, die immer wieder aufgetaucht sind, haben mir eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass das nicht mehr mein Job ist, dass es Zeit ist zu gehen, aber ich war noch nicht so weit. Und wäre ich zu diesem Zeitpunkt in die Verbindung mit mir selbst gekommen, dann wäre ich sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass ich dort raus muss. Aber dort dürfte vorher noch ein Prozess passieren, ein Abnabelungs- und Lösprozess, weil ich diese Agentur auch mit aufgebaut hatte und von Anfang an dabei war. Und ich war einfach noch nicht so weit zu dem Zeitpunkt. Und insofern war die fehlende Verbindung zu mir so ein bisschen etwas wie ein Selbstschutz, zumindest für meinen Verstand. Mein Körper, der war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon auf dem Weg in den Burnout und hätte wahrscheinlich mit Vergnügen schon damals Tschüss gesagt, aber ich war noch nicht so weit. Und dann ist etwas passiert, das den Grundstein dafür gelegt hat, dass ich dann ein Jahr später gekündigt habe. Also, ja, oder knapp anderthalb Jahre später war es, glaube ich. Und zwar bin ich im November 2012 in meinen ersten Surfurlaub gefahren. Ich wusste damals nicht, wo will ich jetzt hin in den Urlaub. Von meinen Freunden hatte niemand Zeit oder Geld. Ich hatte so viel Urlaub übrig und Geld übrig, weil ich das ganze Jahr nur gearbeitet hatte. Ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich was, was ich immer schon mal machen wollte. Ich fahre zum Surfen. Ich habe zwar in meiner Jugend Windsurfen ausprobiert, weil mein Dad das gemacht hat, aber es ist nie so meins gewesen, aber das Wellenreiten, das hat mich gereizt. Und dann bin ich in ein Surfcamp nach Marokko geflogen. Alleine nach Marokko habe ich mir auch gedacht, so, okay, ich war zwar vorher schon alleine gereist, aber eben, ja, so, dann mal, ne, eine Woche nach Barcelona oder so, Freunde besuchen. Es war schon auf jeden Fall ein Abenteuer nach Marokko. Und dann wenige Stunden, nachdem ich angekommen war, stand ich das erste Mal auf dem Surfbrett. Das ging überraschend schnell und es war um mich geschehen. Und ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen weiter ins Detail, was genau da mit mir geschehen ist. Aber um vielleicht dir die Tragweite dieser Geschichte von vornherein klar zu machen, ist, dass ich eben ein Jahr später, das war dann im Dezember 2013, im gleichen Ort, im gleichen Surfcamp in Marokko auf der Dachterrasse saß. Und da war ich definitiv kurz vorm Burnout. Also, ich kenne inzwischen durch meine Coaching-Ausbildung vor ein paar Jahren die Burnout-Uhr. Die hat zwölf Phasen, so wie eine Uhr zwölf Stunden hat. Und die meisten Menschen, die in einem Burnout landen, durchlaufen diese Phasen in chronologischer Reihenfolge oder in leicht veränderter Reihenfolge. Und von diesen zwölf Phasen war ich rückblickend zu diesem Zeitpunkt in Phase 10. Das Einzige, was noch fehlte, war der körperliche Zusammenbruch, wo ich definitiv kurz davor stand, und die Depression, was noch fehlte. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin, ob das nicht schon angefangen hatte. Und da saß ich in dieser Hängematte auf der Dachterrasse und es traf mich ein Blitz. Es hat sich wirklich so angefühlt. Und ich weiß, wenn ich jetzt die Augen zumache, spüre ich das noch wie damals. Und das war der erste dreiwöchige Urlaub, seit ich begonnen hatte zu arbeiten. Also seit acht Jahren zu dem Zeitpunkt. Vorher habe ich immer maximal zwei Wochen Urlaub gehabt. Und diese drei Wochen haben ausgereicht, um erst einmal eine Woche runterzufahren, abzuschalten. Dann eine Woche einfach nur zu genießen. Und in der dritten Woche, da habe ich angefangen, über mich und mein Leben nachzudenken. Und dann kam dieser Blitz. Dieser Blitz, diese Stimme, die in dem Moment aus mir gesprochen hat, habe ich auch schon mal in einer früheren Podcast-Episode darüber gesprochen. Die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Diese Stimme in mir hat mit einer solchen Klarheit und Überzeugung gesagt, du musst da raus, sonst gehst du kaputt. Und mir war sofort klar, es geht hier um meinen Job. Es geht darum, dass ich Konsequenzen ziehe und Schluss mache. Wobei ich zu dem Zeitpunkt, wie ich mir noch eingeredet habe, ich würde nur ein Sabbatical machen, um mir klar darüber zu werden, was ich gerne machen möchte. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich die Signale meines Körpers gespürt habe, beziehungsweise, dass ich diese innere Stimme, die mit ziemlicher Sicherheit vorher schon da gewesen ist, ja, die ich aber dadurch, dass ich so null mit mir verbunden war, entweder ignoriert habe oder einfach nicht wahrgenommen habe oder nicht ernst genommen habe. Und mein Körper hat ja schon die ganze Zeit mir Signale geschickt, ja. Ich hatte einen Tinnitus und Verdauungsprobleme und Rückenschmerzen und weiß der Geier was alles. Aber ich habe es nicht gehört. Und dieser Moment, wo ich diese innere Stimme das erste Mal in meinem Leben so deutlich wahrgenommen habe, das war eben auch der erste Moment, wo ich mich wirklich mit mir und meinem Körper verbunden habe. Und nicht als bewussten Prozess, sondern es war einfach, ich konnte gar nicht anders, es ist einfach passiert. Ja, mit diesem Blitz, der mich quasi getroffen hat, dass ich so in mein Inneres hineingesaugt wurde und wie in so einer großen, leeren Halle diese Stimme gesagt hat, du musst hier raus, sonst gehst du kaputt. Und es hat mich völlig geflasht, das zu erleben. Und dann hat es mich natürlich total geflasht, was diese Stimme da von mir wollte. Und dann ist mir in diesem Moment erst mal klar geworden, wie schlecht es mir eigentlich ging. Das hatte ich vorher nicht wahrgenommen, weil ich so disconnected war. Und wenige Wochen, ich glaube, es waren so ungefähr zwei, drei Wochen später, war ich wieder zu Hause und hatte wieder die erste Woche gearbeitet. Und dann wurde aus der Entscheidung, ich frage jetzt meinen Chef nach einem Sabbatical, die Entscheidung, ich muss kündigen. Das war eigentlich in dem Moment klar, als ich den Fuß über die Schwelle gesetzt habe in der Agentur am ersten Tag nach dem Urlaub. Es hat dann noch eben nur so ein, zwei Wochen gedauert, bis ich meinen Mut zusammengenommen habe, weil ich habe wie zu dem Zeitpunkt eben acht Jahre in der Agentur gearbeitet. Und das hat schon, hat mir schon einiges abverlangt, dann zu kündigen. Aber ich konnte einfach nicht mehr anders zu dem Zeitpunkt. Ich musste es tun. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine Entscheidung, zumindest in meinem Erwachsenenleben, ich bin mir sicher, als Kind habe ich das permanent gemacht, das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, wo ich eine Entscheidung aus dem Innen heraus getroffen habe, durch die Führung der inneren Stimme. Alle anderen Entscheidungen vorher sind vor allen Dingen aus dem Außen heraus getroffen worden. Entweder sie sind für mich getroffen worden, einfach weil ich nicht entschieden habe, ist einfach irgendwas passiert, was dann für mich entschieden hat. Oder aber ich habe mich am Außen orientiert, an Erwartungen anderer Menschen oder an dem, was meine FreundInnen oder so zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und diese Kündigungsentscheidung war das erste Mal, dass ich wirklich etwas tief aus meiner inneren Führung heraus entschieden habe, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt wusste, was die Alternative ist. Ich habe dann noch in den letzten Stunden vor dem Abflug aus Marokko den Chef des Surfcamps gefragt, ob er denn für den Sommer Hilfe gebrauchen kann. Im Sommer ist eben dieses Surfcamp in Spanien stationiert. So bin ich das erste Mal für eine längere Zeit in Spanien gelandet. Im Jahr 2014 war das. Und habe dann den Sommer über dort als Köchin gearbeitet, im Surfcamp. Und was jetzt in dieser Zeit passiert ist, von dem ersten Surfurlaub in Marokko 2012, und ich bin dann übrigens wenige Monate später wieder geflogen nach Marokko, ja, ich war dann, ich glaube, dreimal im Surfurlaub und in dem vierten Surfurlaub, nur ein Jahr später, war dann diese besagte Situation in der Hängematte, wo der Blitz mich getroffen hat. Und das habe ich am Anfang schon bei den fünf Schritten gesagt. Natürlich war ich mir währenddessen nicht bewusst, dass ich durch das Surfen wieder in Verbindung mit mir selbst komme. Und das war auch nicht die bewusste Entscheidung, ich gehe surfen, um dann zu mir zu kommen oder sowas. Ich hatte einfach Bock auf Surfen. Und das war schon mal verraten, du musst nicht surfen, um wieder mit dir selbst in Verbindung zu kommen. Es gibt andere Wege. Und ich möchte jetzt gerne mit dir diese Erlebnisse, die ich da gehabt habe, ein bisschen genauer auseinandernehmen, um zu zeigen, warum das Surfen dazu geführt hat, dass ich in Verbindung mit mir gekommen bin. Und daraus wiederum kannst du dann Rückschlüsse ziehen, was dir in deinen Interessensbereichen sozusagen helfen kann, in die Verbindung mit dir selbst zu kommen. Das Erste, was ich rausstellen möchte, ist, dass das natürlich was war, wofür ich meine Komfortzone ausweiten musste. Ich habe schon gesagt, ich bin alleine nach Marokko gereist. Ich hatte zwar in der Schule mal eine Weile Französisch, aber das hätte definitiv nicht ausgereicht, um mich in Marokko zu verständigen. Und natürlich habe ich vorher alle möglichen Storys erzählt bekommen, was man in Marokko so alles Schlimmes erleben kann. Ich habe nichts davon erlebt. Ich habe nur unfassbar freundliche Menschen kennengelernt. Und auch wenn ich vorher schon mal alleine gereist war, war das definitiv ein neues Level für mich. Und dann auch das Surfen an sich. Ja, ich war Mitte 30. Mir war ziemlich klar, ich werde wahrscheinlich eine der Ältesten sein im Surfcamp. Ich mache das das allererste Mal mit dem Surfen. Es war sehr, sehr lange her, dass ich irgendetwas, was so komplett außerhalb meines normalen Interessensbereiches lag, ausprobiert habe und wirklich einfach Anfängerin war. Und ich wusste ja noch nicht mal, macht mir das Spaß. Und dann habe ich da zwei Wochen in diesem Surfcamp gebucht und ich kenne da niemanden. Ja, also es gab genug Dinge, die außerhalb meiner Komfortzone lagen. Und das Körperliche des Surfens lag definitiv auch außerhalb meiner Komfortzone. Und ich habe zwar eine riesengroße Liebe zum Meer, schon immer, aber ich durfte dann auch lernen, dass der Atlantik da unten in Marokko schon auch nochmal eine Nummer für sich ist oder ob der Atlantik eine Nummer für sich ist im Vergleich zur Nord- und Ostsee, die ich bis dahin kannte und zum Mittelmeer. Schon auf jeden Fall deutlich wilder und man bekommt vom Atlantik sehr schnell gezeigt, wo der Platz des Menschen ist und der ist nicht im Meer. Und natürlich, ja, ich habe gewisse Vorkehrungen getroffen dadurch, dass ich dort eben in ein deutschsprachiges Surfcamp gefahren bin, wo ich wusste, da ist auch jemand, der mich irgendwie ins Krankenhaus fahren kann, wenn irgendwas passiert und vermitteln kann, ja, wenn ich nicht genug Französisch spreche. Und ähnliches, ja, jemand, der sich in dem Land auskennt, die sind da schon sehr lange mit dem Surfcamp. Und ja, das waren so die Dinge, die ich brauchte, um trotz der Komfortzonen-Erweiterung für mich so ein gewisses Sicherheitsnetz zu haben. Und das ist auch was, was ich dir ans Herz legen kann, ganz egal, wo es darum geht, deine Komfortzone zu erweitern. Ja, hau eine Delle in deine Komfortzone, aber sorg dafür, dass du und dein Nervensystem trotzdem stabil genug sind, dass du das Ganze auch als Entwicklung für dich nutzen kannst und dass es nicht so ein Schock wird, dass es eher eine rückschrittliche Entwicklung ist. Das vielleicht so als kleiner Exkurs. Aber ich glaube, das Erweitern, das Ausdellen der eigenen Komfortzone ist etwas, was eine ganz wichtige Komponente davon ist, in Verbindung mit dir selber zu kommen. Weil wenn du alles so machst, wie du es bisher gemacht hast, und das bedeutet ja, in deiner Komfortzone zu bleiben, dann wirst du eben auch die Ergebnisse bekommen, die du vorher schon hattest. Und wenn du über diese alten Ergebnisse den Kontakt zu dir verloren hast, heißt es eben, dass du neue Dinge ausprobieren darfst, um wieder in die Verbindung mit dir selbst zu kommen. Und dann ist es natürlich so, wenn du sowas wie das Surfen oder das Alleine-Reisen das allererste Mal machst, dann wirst du auf dich zurückgeworfen, sozusagen, im positiven Sinne. Du musst dich gezwungenermaßen mit dir auseinandersetzen, weil du Anfänger in irgendwas bist. Weil du Situationen erleben wirst, wo du auf deine inneren Ressourcen zurückgreifen musst, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass du sie hast. Das heißt, die eigene Komfortzone zur Erweiterung, das muss ja nicht sowas wie Reisen oder Surfen sein, sondern es geht einfach darum, Dinge zu tun, die du bisher nicht getan hast. Ganz egal, in welcher Größenordnung. Da geht es nicht darum, dass größer besser ist. Aber die eigene Komfortzone zu erweitern, ja, es ist vielleicht der unbequemste Teil, wenn es darum geht, in die Verbindung zu dir selbst zu kommen. Aber ich glaube, dass es ohne diesen Anteil nicht geht. Ein Teil dieser Reise, der wahrscheinlich deutlich mehr Spaß macht, ist, in die kindliche Freude zu kommen und zu lachen. Und diese Freude wirklich zu spüren, dich dafür zu öffnen, auch das kann für manche Menschen eine Herausforderung sein. Wenn man sich das eben sehr lange nicht erlaubt hat, Freude zu spüren, dann sind auch schöne Dinge manchmal eine Komfortzonen-Erweiterung beziehungsweise ein Stretch für dein Nervensystem. Aber ich weiß, dass ich beim Surfen wirklich von Minute eins wie ein Kind gelacht habe, was ich wirklich sehr, sehr lange zu dem Zeitpunkt nicht mehr getan hatte. Und dass ich, das war, glaube ich, nach dem allerersten Tag, dass ich völlig verblüfft festgestellt habe, dass ich den ganzen Tag an nichts gedacht habe. Wenn du das allererste Mal mit so einem riesengroßen Schaumstoffbrett in die wilden Wellen des Atlantik gehst, man kann natürlich auch woanders surfen lernen, der Atlantik ist dann schon direkt von Anfang an die harte Schule, dann bist du mit so vielen Dingen beschäftigt, dann kommen da Wellen, dann hast du dieses Brett, was tut, was es will. Du musst es aber irgendwie festhalten. Du bist ja auch an dem Brett fest. Das heißt, wenn du das loslässt und das mit den Wellen irgendwo hinfliegt, dann fliegst du hinterher. Dann gibt es Strömungen und du wirst hin und her gezogen. Und dann sind da auch noch andere Leute im Surfkurs, denen du nicht das Brett an den Kopf hauen willst und du willst kein anderes Brett an den Kopf kriegen. Und dann scheint dir die Sonne ins Gesicht und du siehst nichts und dann kriegst du eine Welle in die Fresse. Und ja, es sind so viele Dinge. Du hast gar keine Chance, an irgendwas zu denken. Und da war ich so geflasht am ersten Tag abends, dass ich dachte, wow, ich habe halt einfach den ganzen Tag an nichts gedacht. Ich war einfach im Moment. Ich habe gelebt, ich habe gelacht und ich habe gespielt. Und auch das kannst du natürlich bei anderen Dingen machen als beim Surfen. Aber ich glaube, wenn wir uns erlauben, bei irgendwelchen Dingen, sei es beim Spielen mit Kindern, sei es bei einfach Dingen, die dir Freude machen, wenn du schaukeln gehst, in Pfützen springst oder was auch immer du als Kind auch gerne getan hast. Ich war natürlich als Kind nicht in der Form Surfen, aber ich habe im Meer gespielt. Und dahin bin ich zurückgebeamt worden. Wenn du dir das erlaubst, dann ist das eine Möglichkeit des Zugangs zu dir selber. Und wenn es dann auch noch etwas ist, was dir dabei hilft, wirklich komplett aus deinen Gedanken rauszukommen, umso besser. Und es war, glaube ich, für mich auch auf jeden Fall eine der ersten positiven, bewussten Kontakte mit meinen Emotionen im Erwachsenenleben oder sagen wir mal, seitdem ich in dieser Agentur angefangen hatte zu arbeiten, beziehungsweise seitdem es da irgendwie so ein bisschen den Bach runterging, war dadurch, dass ich so disconnected war von mir selber eben auch komplett von meinen Emotionen abgeschnitten. Und das Ding ist, wir können uns nicht nur von den unangenehmen Emotionen abschneiden. Also die von meiner Angst, dass ich nicht wusste, was ich in meiner Zukunft machen will oder von der Angst, die hochkommen könnte, ich muss mich jetzt von meiner Agentur abnabeln und mich meinen gesundheitlichen Herausforderungen stellen und so weiter. Das in eine Schublade zu stecken und davon disconnected zu sein, das geht auch immer einher, damit mit den schönen Gefühlen nicht mehr verbunden zu sein. Weil wir haben nur einen Kanal für Gefühle, für Angenehme und Unangenehme. Und wenn wir uns von den einen abschneiden, heißt das immer auch, dass wir uns von den anderen abschneiden. Und ich glaube, es ist wirklich sehr lange her gewesen zu dem Zeitpunkt, dass ich so sehr gelacht habe, wie in diesen ersten Tagen meines ersten Surfkurses. Und neben dem Zugang zu den Emotionen war es vor allen Dingen die Körperlichkeit, die mich so sehr zu mir gebracht hat in dem Surfen und so sehr auch in den Moment gebracht hat. Ich hätte mich nie oder ich würde mich auch heute nie als einen besonderen, ja besonders sportlichen Menschen einschätzen oder beschreiben. Ich habe nie in meinem Leben so den einen Sport gehabt, den ich geliebt habe, den ich vielleicht schon als Kind gemacht habe oder so. Für mich war Sport lange Zeit etwas, was vor allen Dingen funktional war. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr lange Krafttraining gemacht, aber nicht, um irgendwie riesig Muckis aufzubahnen, sondern vielmehr, um meine beschissene Haltung vom ständig am Computersitzen zu korrigieren und die Rückenschmerzen, mit denen ich zu tun hatte, besser zu bekommen damit. Aber es war eben Bewegung aus Vernunft. Und das Surfen war das erste Mal wirklich Bewegung aus Freude und eben auch eine ganz andere Form der Bewegung und eine Bewegung in der Natur, mitten im Meer. Es war zwar in den ersten Tagen vor allen Dingen in erster Linie ein Kampf mit dem Meer, aber es war eben ein Kampf, bei dem ich Spaß hatte. Und ich weiß noch, dass ich dann nach dem dritten Tag oder so konnte ich mir abends nicht mehr alleine den Pullover über den Kopf ziehen. Es ging nicht mehr. Ich habe dann jemand anders bitten müssen, kannst du mir bitte beim Ausziehen helfen? Ich hatte so einen Todesmuskelkater vom Paddeln in meinen Armen und vom Festhalten des Bretts, dass ich einfach nichts mehr konnte, gar nichts mehr. Ich weiß, dass mir fast beim Abendessen der Kopf in den Teller gefallen ist, weil ich so fertig war. Und das ist halt auch bis heute eines dieser magischen Phänomene beim Surfen, dadurch, dass du im Wasser bist, dass du dich im Wasser bewegst, dass dein Körper die Temperatur ausgleichen muss, auch wenn du einen Neoprenanzug an hast, du in der Sonne bist. Es sind so viele Faktoren, die dazu beitragen, dass du nach dem Surfen einfach so die richtig gute Art von völlig fertig bist, also dass du einfach spürst, ich habe was getan und ich habe mich ausgelaugt, aber im positiven und körperlichen Sinne nicht. Das ausgelaugt, was ich aus der Agentur kannte, das vor allen Dingen im Kopf ausgelaugt zu sein und eine Erschöpfung wegen Überarbeitung. Und diese Körperlichkeit wieder so sehr zu spüren, rückblickend würde ich sagen, dass das auch ein extrem wichtiger Faktor ist, den ich auf diesem Weg, die Verbindung zu dir selbst wiederzubekommen. Diese Körperlichkeit etwas ganz, ganz Entscheidendes ist, weil du musst deinen Körper spüren können und am Anfang, wie bei mir vielleicht über Muskelkater, um vom rein physischen Spüren des Körpers auch in ein energetisches Spüren zu kommen. Das heißt, von innen heraus zu spüren, wie dein Körper sich innen anfühlt und dann eben auch die Signale des Körpers verstehen zu können, ja, erstmal überhaupt wahrnehmen zu können und dann auch deuten zu können. Dafür brauchst du die Verbindung zu dir selbst. Das heißt, eine gewisse Körperlichkeit gehört zu diesem Weg der Verbindung zu dir selbst oder wieder dahin zurückzukommen, gehört für mich auf jeden Fall dazu. Das kann durch so etwas Sportliches wie das Surfen sein, aber es gibt natürlich auch andere Wege dafür. Hauptsache Verbindung zum Körper aufzubauen. Und dann weiß ich vor allen Dingen dadurch, dass ich inzwischen, dass inzwischen ist es ein nicht mehr wegzudenkender Teil meines Lebens, wenn es um die Verbindung mit mir selbst geht, ist die Zeit in der Natur. Ich habe in diesem Surfurlaub, in dem ersten und in denen, die dann ja in relativ kurzem Abstand folgten, eine so tiefe Verbindung zur Natur aufgebaut, wie ich sie vielleicht als Kind mal gehabt habe, aber nie wirklich bewusst, weil ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Wir sind zwar jeden Sommer ans Meer gefahren, da haben unsere Eltern alles für gegeben, dass das möglich war. Und deshalb hatte ich auch so eine starke Verbindung zum Meer. Aber ich bin eben den Großteil des Jahres zwischen Häusern und mit Asphalt groß geworden. Und diese extreme Verbindung zur Natur, die durch das Surfen entstanden ist, ist für mich damals und auch heute ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil meiner Spiritualität, beziehungsweise eben auch die Natur unterstützt mich darin, mich mit mir zu verbinden, weil ich bin Teil von der Natur und das kann ich spüren. Und die Natur reflektiert auch immer ein Stück weit, wie es mir geht und hilft natürlich auch ungemein, das Nervensystem herunterzufahren, runterzuregulieren, in die Entspannung zu kommen. Und das braucht es, damit du in die Verbindung mit dir selbst gehen und kommen kannst. Und dann war es natürlich auch noch so, dass ich in dem Surfcamp andere Menschen kennengelernt habe und vor allen Dingen auch Menschen mit anderen Lebensentwürfen. Ich habe lange Jahre immer wieder davon geträumt, eigentlich seit der Schule, weil in meinem Freundeskreis viele in der 11. Klasse für ein Auslandsjahr irgendwo hingegangen sind. Und das war damals einfach finanziell bei uns in der Familie nicht so richtig drin. Ich hätte mich, wenn dann irgendwie auf ein Stipendium oder sowas bewerben müssen oder so. Und dann habe ich dann während des Studiums tatsächlich auch mal ein Stipendienangebot bekommen und habe dann aber gekniffen, habe auch irgendwelche Ausreden gefunden, habe aber gekniffen. Das heißt, diesen Traum, irgendwie ins Ausland zu gehen, mal im Ausland zu leben, den gab es immer. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich da in den ersten Surfurlaub gefahren bin, hatte ich den ad acta gelegt und habe gesagt, hey, wenn es noch irgendwann passieren soll, dann passiert es und wenn nicht, dann nicht. Und nicht, dass ich wahnsinnig viel dafür getan hätte, aber ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt, habe ich mir zumindest eingeredet, ich hätte meinen Frieden damit gemacht. Und dann traf ich plötzlich all diese Menschen, die Jobs gekündigt hatten, die ausgewandert waren, die mit Familie reisen waren. Also, ja, die unterschiedlichsten Lebensentwürfe. Und da musste ich erkennen, ich hatte das nur weggeschoben. Wirklich weg war der Wunsch nicht. Und der war zu dem Zeitpunkt wieder sehr aktiv und war wieder aus dem Dornröschenschlaf geholt. Das heißt, ich habe einfach Inspiration bekommen durch Reisen und durch den Kontakt zu ganz anderen Menschen. Inspiration dafür, aus dem Herzen zu leben. Und in dem Surfcamp war nämlich plötzlich ich, der Alien, der irgendwie 80 Stunden die Woche arbeitet. Die haben alle nur gesagt, bist du bescheuert? In meiner Welt zu Hause wären die Menschen aus dem Surfcamp als die Verrückten angesehen worden. Und ich habe zwar das auch, so ein Teil von mir hat das auch gedacht, aber der größere Teil von mir war einfach nur fasziniert und inspiriert. Und da war ich plötzlich die Verrückte, dass ich so ein Leben lebe, wie ich das eben zu Hause hatte zu dem Zeitpunkt. Das heißt, verbinde dich auch mit Menschen, die dir andere Möglichkeiten aufzeigen. Und verbinden kann auch einfach heißen, dass du dir so wie jetzt gerade einen Podcast anhörst oder dass du Biografien von inspirierenden Menschen liest. Und du findest ja hier im Neuanfang-Podcast ganz viele Interviews auch mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, die ein authentisches Leben sich erschaffen haben, was zu ihnen passt. Such dir diese Inspiration, um aus deiner Box, die wir alle haben, und das ist vollkommen okay, dass wir die alle haben, aber um aus dieser Box einen Blick nach draußen zu werfen und zu sehen, was noch möglich ist. Und für mich war das damals der Punkt, der eben mich insofern wieder mit mir verbunden hat, als dass er mir deutlich gemacht hat, oh wow, okay, der Wunsch, der ist noch da. Das heißt, eine Inspiration im Außen, wenn du merkst, dass die Inspiration irgendetwas in dir zum Klingen bringt, auf Resonanz stößt in dir, wenn du das denn schon wahrnimmst, dann lass dich davon verleiten, lass dich davon leiten, lass dich davon führen, weil dann wird da irgendwas für dich dran sein. Und der letzte Punkt, den ich gerne noch rausstellen möchte aus diesem ersten Surfurlaub, ist, wie sehr mein Selbstvertrauen durch das Surfen gewachsen ist. Einerseits natürlich dadurch, dass es was Neues war, dadurch auch ein Stück weit, dass es was Körperliches war, zumindest für mich außerhalb meiner körperlichen Komfortzone zu dem Zeitpunkt. Und das, was vielleicht nochmal für das Surfen so ein bisschen besonders ist, ich glaube aber auch, dass es viele andere Wege und Sportarten gibt, die einem diese Lektionen zeigen können, das Surfen ist ein extrem guter Lehrer für die verschiedensten Dinge. Und auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die werde ich dir auch raussuchen und in der Schornos verlinken. Aber das Surfen als Gesamtpaket sozusagen war die Basis für eine Grundhaltung mir selbst gegenüber, für ein Vertrauen in mich, dass ich Sachen schaffen kann, von denen ich vorher nicht gedacht hatte, dass ich sie schaffen würde. Und das ist so eine wichtige Fähigkeit für den Weg zu dir selber und für die Verbindung zu dir selber, bzw. ich glaube, es entsteht vor allen Dingen natürlich auf diesem Weg, während du wieder in Verbindung mit dir selbst kommst. Und ich habe in diesen ersten Wochen und Monaten nach dem ersten Surfurlaub und dann durch die folgenden Surfurlaube in dem nächsten Jahr überhaupt erst das Vertrauen in mich aufgebaut, was ich brauchte, um dann, das, was ich dir ja vorhin schon in der vorausschauenden Version erzählt habe, ein Jahr oder ein gutes Jahr nach meinem ersten Surfurlaub meine Kündigung einzureichen. Vor meinem ersten Surfurlaub wäre ich nicht in der Lage dazu gewesen. Ein Jahr später sah das schon ganz anders aus. Ja, es hat mir natürlich trotzdem eine Heidenangst gemacht, aber ich bin gesprungen. Aber dieser Weg, dieses eine Jahr, wo ich ohne mir das vorzunehmen, über das Surfen, über den Kontakt mit der Natur, über dieses Körperliche, das Ausweiten meiner Komfortzone immer mehr mit mir selber wieder in Kontakt gekommen bin, dieses Jahr hat mir so viel Mut gegeben, dass ich springen konnte, ohne einen Anschlussplan zu haben. Denn ich wusste eben bei der Kündigung noch nicht, was werde ich in Zukunft beruflich machen. Aber ich habe so viel Vertrauen in diesem Jahr aufgebaut, dass ich wusste, es wird irgendwas kommen. Und wie es zu dem Zeitpunkt dann weitergeht, das hörst du dann in der nächsten Episode von dieser Serie. Und erst sehr, sehr viel später kamen dann Dinge wie das Journaling, wie Yoga, Meditation, Breathwork und viele, viele weitere Tools. Das alles erst durch Menschen, denen ich begegnet bin, durch Podcasts, die ich gehört habe, durch Bücher, die ich gelesen habe, durch Kurse, die ich gemacht habe. Erst sehr viel später sind alle diese Tools für die Verbindung zu mir selbst, die ich heute dann auch nutze oder teilweise nutze, um die Verbindung zu mir selbst aufrechtzuerhalten. Erst sehr viel später sind die in mein Leben gekommen. Das heißt, das Surfen war tatsächlich für mich mein persönlicher Einstieg. Und inzwischen habe ich, obwohl ich immer noch surfe, nicht mehr so viel und so regelmäßig. Aber ich habe meine Go-To-Tools, die sich in den zehn Jahren seit diesem ersten Surfurlaub als die für mich am praktikabelsten herausgestellt haben, die ich immer und immer wieder nutze. Nicht immer alle zur selben Zeit, aber worauf ich immer wieder zurückgreife. Diese Tools, die kamen dann erst sehr viel später. Und das sind auch die Tools, die ich heute meinen Coaching-KundInnen mitgebe und die ich, wenn du magst, auch dir mitgebe in dem Online-Kurs Reconnect to Yourself. Und bevor ich dir dazu noch ein bisschen mehr erzähle, möchte ich dir, auch wenn das vielleicht jetzt durch meine eigene Geschichte schon so ein bisschen klar geworden ist, aber ich möchte es dir nochmal zusammengefasst und kondensiert, sagt man das, mitgeben, warum die Verbindung zu dir selbst so, so wichtig ist, wenn du ein authentisches Leben leben möchtest, wenn du dich frei fühlen möchtest, wenn du du selber sein möchtest. Die Verbindung mit dir selber ist so wichtig, um überhaupt wahrnehmen zu können, was dir entspricht. Ich habe dir erzählt, dass ich, bevor diese Stimme da in der Hängematte in Marokko zu mir gesprochen hat, dass ich Entscheidungen vor allen Dingen auf dem Außen basierend getroffen habe, bezüglich Erwartungen anderer Menschen oder was die anderen gemacht haben und so weiter und so fort. Und das war eben die erste Entscheidung, die ich wirklich in Resonanz mit meinem Körper getroffen habe, ja, mit meiner inneren Stimme. Und dafür brauchte es aber, das war ja erst, die Entscheidung war ja erst ein Jahr nach meinem ersten Surfurlaub, dafür brauchte es diesen Zugang zu meinem Körper, weil es ist dein Resonanzkörper, der mit dir spricht und der dir Signale gibt und der mir schon sehr viel früher Signale gegeben hat, die ich aber schön ignoriert habe. Und es braucht diese Verbindung zu deinem Körper, damit du diese Resonanz auch wahrnehmen kannst, wenn etwas für dich passend oder nicht passend ist. Du darfst lernen, wie sich Zustimmung oder Ablehnung in deinem Körper anfühlt und dann natürlich auch das Vertrauen da rein entwickeln, dem zu folgen. Dann ist die Verbindung unglaublich wichtig, um erkennen zu können, was dich antreibt. Denn beim Surfen konnte ich wunderbar meine Gedanken ausschalten, aber im Normalfall denken wir Menschen durchschnittlich etwa 60.000 Gedanken am Tag, wovon 95 Prozent, sagt man ungefähr, unbewusst sind. Das heißt, wenn du dein Denkapparat einfach so machen lässt, wenn du dein Gehirn unbeaufsichtigt lässt, dann wird es immer so entscheiden, dass du safe bist. Auf Basis von dem, was du bereits in deiner Vergangenheit erlebt hast. Das heißt, du bist in deiner Komfortzone. Und diese Komfortzone ist für unser Nervensystem auch total wichtig. Es geht nicht darum, dass wir immer am Rande oder darüber hinaus leben. Aber wie schon gesagt bezüglich Surfen und alleine nach Marokko reisen, wir dürfen lernen, diese Komfortzone zu erweitern. Wir dürfen da Dellen reinhauen. Und das heißt, es muss Veränderung stattfinden. Und diese Veränderung bedeutet Unsicherheit für dein Gehirn. Und es ist so unfassbar hilfreich, wenn du lernst, Beobachter in deine eigenen Gedanken zu werden, um festzustellen, was denke ich da eigentlich? Ist mir das dienlich oder nicht? Und möchte ich diese Gedanken, die ich da gerade denke, wirklich so ernst nehmen, dass ich ihnen folge? Oder möchte ich mich anders entscheiden? Aber auch dafür darfst du die Verbindung mit dir selber lernen und vor allen Dingen auch die Verbindung mit deinem Geist, dass du überhaupt zu diesem Punkt kommst, dass du merkst, Moment mal, ich habe Gedanken, aber ich kann die Gedanken auch beobachten und ich kann sie hinterfragen und ich kann sie verändern. Und dann ist es unfassbar wichtig oder eigentlich der Kern der Sache, dass du in eine Verbindung auch mit deiner Seele kommst. Ist mir ganz egal, wie du das nennst. Du kannst das Herz nennen, du kannst das Higher Self nennen, du kannst das deinen Blueprint auf Basis des Human Designs nennen oder was auch immer. Aber ich bin überzeugt davon, dass in dir eine Seele wohnt, die weiß, warum sie in deinem Körper auf diese Welt gekommen ist. Und die wird so lange, wie bei mir auch, innerlich bei dir anklopfen, sei es durch körperliche Symptome, sei es durch Unzufriedenheit, bis du hinhörst. Bis du soweit bist, diese innere Stimme aus deiner Seele zu hören. Die, die mir gesagt hat, du musst da raus, sonst gehst du kaputt. Und den Weg zu dieser Seele oder den Kontakt zu dieser Seele, den findest du vor allen Dingen auch über deine Emotionen. Ja, ich habe davon erzählt, dass ich kindlich gewesen bin, dass ich gespielt habe, gelacht habe und Freude am Surfen hatte und in der Natur. Und dass ich diese Freude erstmalig wieder zugelassen habe und dass das mein Zugang zu meinen Emotionen war, der erste. Und Emotionen sind die Sprache deiner Seele. Aber sie wird, wenn du nicht mit deinen Emotionen in Kontakt wirst, auch andere Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel körperliche Symptome, wenn du nicht zuhörst oder wenn du deine Emotionen, wenn du dich von denen abschneidest. Ja, das heißt, zusammengefasst, die Verbindung zu deinem Körper, zu deinem Geist und deiner Seele, mach die Verbindung zu dir selbst aus und gib dir die Möglichkeit zu spüren, zu erkennen und wahrzunehmen, wer du in deinem authentischen Selbst bist. Dafür brauchst du diese Verbindung. Und nur wenn du damit verbunden bist, kannst du ja, wie du selbst leben, weil sonst wen oder was lebst du dann? Da lebst du immer über das Außen oder nach den Erwartungen von anderen Menschen. Und deshalb ist die Verbindung zu dir selbst, die in meinen Augen unerlässliche Grundlage für ein Leben, in dem du dich zu Hause fühlst und in dem du einfach du selber sein kannst und nicht irgendwas werden musst, dich selbst optimieren musst, um an irgendein verqueres Ideal ranzukommen, sondern ein Leben, was du genießen kannst, einfach weil es dein Leben ist und weil es zu dir passt. Ja, und wenn du gerne Begleitung haben möchtest auf diesem Weg in die Verbindung zu Körper, Geist und Seele, ohne dafür stundenlang den Hintern beim Meditieren Platz zu sitzen, weil wie gesagt, das Meditieren, ja, es ist heute Teil meines Lebens, aber es ist erst sehr, sehr, sehr viel später gekommen und ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass Meditation für die meisten Menschen nicht der gute Einstieg ist, um eine Verbindung mit sich selbst zu finden. Warum? Da werde ich dann in dem Kurs, beziehungsweise vielleicht auch auf Social Media im Vorfeld nochmal ein bisschen was zu erzählen, aber definitiv im Online-Kurs Reconnect to Yourself. Das heißt, wenn du gerne in die Verbindung mit dir selber kommen möchtest, dann ist das hier deine herzliche Einladung, Teil dieser Gruppe zu werden, denn in der ersten Runde jetzt wird Reconnect to Yourself als Live-Gruppe stattfinden. Es wird auch Online-Lernvideos geben, die voraufgezeichnet sind, aber es wird auch jede Woche eine Live-Session geben, wo du dich mit anderen austauschen kannst, beziehungsweise wo du natürlich vor allen Dingen auch Fragen stellen kannst und von deinen Erfahrungen mit dem Praxisteil berichten kannst, denn der Kurs ist vor allen Dingen dafür gedacht, dass du wirklich ins Ausprobieren kommst, was die verschiedenen Tools angeht für die Verbindung zu dir selbst. Denn das Ziel von Reconnect to Yourself ist, dass du deine eigene Praxis findest, die in deinen Alltag passt, um dich mit dir selbst regelmäßig zu verbinden. Denn diese Verbindung, das ist keine Standleitung. Es ist nicht so, dass du die einmal herstellst und dann bleibt die für immer, sondern die darfst du wirklich regelmäßig praktizieren. Und das tust du natürlich nur, wenn du eine Praxis hast, die auch wirklich in deinen Alltag reinpasst und die zu dir passt. Und das ist eben das, was am Ende von Reconnect für dich rauskommen wird. Und diese Live-Gruppe, die startet am 30.08. Falls du diese Podcast-Episode sehr viel später hören solltest, dann schau auf jeden Fall trotzdem auf meiner Webseite vorbei, weil der Plan ist, dass es den Online-Kurs später als reinen Selbstlernkurs geben wird. Aber jetzt in dieser ersten Runde ist er eben live und auch zu einem unschlagbaren Preis, den es so nie wieder geben wird. Das sage ich nicht, um Druck zu machen, sondern einfach, um auch zu sagen, ja, das ist hier so ein bisschen auch ein Experiment, weil ich den Kurs in dieser Form das erste Mal anbiete. Aber du profitierst eben davon, weil der im Frühbucherpreis im Early Bird nur 155 Euro kostet und der wird fünf Wochen gehen. Also das ist ein crazy Preis. Und ab dem 16.08. wird das Vorbereitungsmodul zur Verfügung stehen, wo du dich schon mal auf den Kurs einstimmen kannst. Und ab dem 17.08. ist der Preis dann 199 Euro, was immer noch super günstig ist. Und dann, ja, gehen wir gemeinsam fünf Wochen lang durch diesen Prozess durch, dass du wieder in die Verbindung mit dir kommst. Du lernst alle meine kraftvollsten Tools kennen. Und ich habe jetzt schon 15.000 Ideen für Bonusmodule. Ich muss mich ein bisschen bremsen, dass ich das so alles hinbekomme und dass es alles fertig wird. Aber es wird grandios. Ich habe so einen Bock auf diesen Kurs, weil der schon seit Monaten in meinem Kopf drin ist. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich, endlich losgeht, dass ich soweit war, dass hoffentlich das Universum mit mir zusammenarbeitet und alles im Divine Timing passen wird. Und ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, das bist du. Ich freue mich riesig, wenn du Teil dieser ersten Gruppe von Reconnect to Yourself wirst. Und wer weiß, was alles Magisches in deinem Leben passiert, wenn du diesen ersten Schritt zurück zu dir selbst gehst. Alle Infos zum Kurs findest du unter sarah-heinen.de slash reconnect. Ich werde das aber natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und solltest du Fragen zum Kurs haben, dann schreib mir super gerne eine Mail über meine Webseite oder aber auch eine Direct Message über Instagram. Und ja, in die Shownotes werde ich dir außerdem noch die Episoden reinpacken, die ich hier erwähnt habe. Und natürlich auch den Link zum Quiz, falls du mit dem Quiz noch mal dich versichern möchtest, dass Reconnect to Yourself der richtige Schritt, der richtige nächste Schritt ins authentische Leben für dich ist. Und ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und hoffe, dass dich meine Geschichte ein bisschen inspiriert hat oder auch sehr inspiriert hat, für dich selber loszugehen, wieder in die Verbindung mit dir zu kommen und den Mut zu entwickeln, aus dieser Verbindung mit dir selber dich führen zu lassen, dem Leben zu vertrauen und große Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen. Und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 270. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt es unter sarah-heinen.de slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst. Und jetzt wünsche ich dir einfach mal, so sehen wir uns, wie du auch in der Tatjache findest du Also wünsche dir einfach mal mir, dass du dich fragst. Und zwar wie du dich fragst. Und zwar aus dem Szenachsund ein paar Mal. Und du dich fragst der Hand aus dem Punkt, will du dich fragst. Und stattdessen Also wünsche ich dir einfach mal, wenn du dich fragst, dass du dich fragst, glaube ich. Vielen Dank.